Hallöchen Hallöchen zusammen! Heute ist der Martin dabei, irgendwie wie immer, finde ich gut. Und der Olli ist heute mal im Hintergrund auch dabei. Ja, schönen guten Abend. Ja, das spielt nämlich auch ein bisschen Warframe. Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da reinzukommen in das Spiel. Aber, genau, ich habe es auch überstanden und bin so dermaßen angefixt. Wir machen einfach mal weiter. So, wir haben gestern das Antriebsmodul repariert. Ich glaube, das ist irgendwie so ähnlich, wie es hieß. So, und das ist fertig nach sechs Stunden. Und jetzt sollen wir die Backbordverschalung bergen auf Lua. Ist natürlich wieder Einzelspieler und deswegen macht das hier jeder für sich. Palümpchen. Ist schon gedrückt? Ich habe schon, ja, ich bin schon, ich bin schon da. Berge, die Backbordverschalung. Jetzt gehen wir auf den Mount. Ah, jetzt geht's auf den Mount. Der Mount ist schon cool. Boom. Alles klar, machen wir. Oh, hier fällt alles runter. Das hatten wir letztens schon hier. Ja, das ist so cool. Wie der alles wegbricht. Die Kamera wackelt, das bin nicht ich. Das sind die Erschütterungen. Hammer. Was ist das hier eigentlich für... Oh, äh. Ja, ja. Soll ich, komm ich vielleicht. So. Cool. Cool. Das Missionsdesign gefällt mir vom Mond. Find ich gut. Mhm. Voll schön. Fein, mach's das, Helios. Schön die Pflanzen scannt. Ach so, solange du die noch nicht hast, macht er das ja. Ja. Bei mir scannt er gerade die ganzen, die ganzen, äh, Container hier. Mhm. Blüm, blüm, blüm. Okay, du, ich kriege jetzt ja nichts Besonderes hier. Äh. Oh, Cephalon-Fragment. Ja, das ist so cool. Man muss nur in der Nähe sein und dann scannt Helios das alleine. Das ist schon Service. Aber jetzt habe ich es, äh, tatsächlich auch selber gesehen. So, hier muss ich schnell... Äh. Woher hopst du hier? Oh, Scanner? Na schön. Ja, scan die Drohne, scan die Drohne. Ey, das finde ich ja super mit den Drohnen, dass er die scannt. Weil die zu scannen, händisch, das ist ja, oh, anstrengend. Weil wenn du die mit dem Scanner, äh, anvisierst, das ist ja wie mit einer Waffe anvisieren. Dann machen die erstmal so einen Ausweichflug. Ausweichmanöver. Also das ist immer ja nicht schön. Anstrengend. Wo muss ich denn hin? Da. Immer noch 640 Meter. Spin. Mit Gesenke. Blüm, blüm, blüm. Oh, mein Schwärmung hier. Oh, mein Schwärmung hier. Sehr cool. Sehr cool. Oh, ne, Rode. Sehr, sehr, sehr schön. Da brauchen wir noch ein bisschen mit. Ich habe das Gefühl, das nimmt hier kein Ende. Immer noch 300 Meter. Also ich habe noch nicht aktiviert, deswegen warte ich mal auf dich. Achso. Ja auch. Na gut, ich loote hier immer noch ein bisschen. Ich habe ja auch schon so gedacht, so ein bisschen rumlooten. Nebenbei. Weil loot tut gut, weißt du doch. Oh, was war das? Verrett wieder. Aber gut, Verrett brauche ich auch. Ich habe ja festgestellt, dass ich ja nicht so viele habe. Da habe ich noch 40.000. Die können ja ganz schnell mal alle sein. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich habe wieder heimliche Erfahrungen gekriegt. Sneaky, sneaky. Blüm. Okay, die Container hat er fertig gescannt. Ich loote hier und da läuft ein Moor an mir vorbei. Und du bist jetzt für mich. Ja, die kriegen ihn manchmal ja nicht so richtig mit. So 25 Meter, ich bin da. Jot. Ich komme wieder zurück. Dede. 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 Hallo. Oh, hier ist er voll. Alter, hier ist er richtig voll. Kann ich? Ja, kannst drücken. Wieder weg. Wieder weg. Ist er mal spawndy hier im Kreis oder was? Ja, so das Gefühl habe ich auch. Ey, das Ding ist immer noch bei null Prozent. Von wie vielen Seiten kommen die denn? Oh, warte mal. Jetzt hole ich mir erst mal Phantom hier. Stimmt, das können wir ja ausrüsten. Da war ja auch eine Aufgabe. Genau. Oh, ich habe ja Volt. Ist mich zügig hier. So, Position halten. Oh, hier die Zentakel. Sehr schön. Wissen wir nicht, wissen wir nicht. Ah, Störungsdrohnen. Also, irgendwas scannen lassen? Blum, 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 blum. Halt. Sehr schön. Jetzt beim Phantom, naja. Schild ist weg. Aber halt, Stellung erhalten. Oh, was ist denn wieder drin hier? 46. Ah, jetzt spinnen wir los hier. Back to work, genau. Zurück zur Arbeit. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr gehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, der hat schon... Der Phantom hat schon ein bisschen gelitten. Aber dafür, dass ich den vor, wie sie nicht, zwei Wochen ausgerüstet habe. Ich habe den dann auch noch meinen auch nicht mal verbessert, ja. Ich müsste mir auch mal einen neuen Schicken machen. Oh, wer ist er denn? Was ist das? Bitte, was ist das? Kunko-List oder was steht da? Kunko-was? Kunko-List? Ey, irgendein schwebende... Boah, Alter, noch so ins. Die sind ja übel. Oh. Bist du da hingefallen? Ne, ne. Noch nicht, aber die sind ja übel. Irgendwelche schwebenden Teile. Die mir Stress machen wollten. Schon wieder. Wir haben Arbeit zu tun. Joa, zocke mal. Sieht sich an schön, ja? Uhaha, hau hu hu. 18 Meter. Kommt man da? Ach, deswegen scannt Helios nicht mehr. Der ist ja... Der ist tot. Tödlich vor Unglück. Gefallen in der Schlacht. Äh, wo bist du? Och, weil der Phantom steht immer noch. Cool. Hallo. Oh. Oh. Ich glaube, ein Träubern. Wo sind sie denn? Ja. Wie sind sie das? Ey, krass. Das hört ja auch nicht auf mit Gegnern. Fertig. Huhu, 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 huhu. Sehr schön. Eisenhaut mal wieder gestartet hier. Das ist nix. Sieht es bei dir aus? 90. Ja, bei 90, da hat es mich nochmal. Ich nerv. Du kannst ja nicht 5 drücken, fällt mir gerade ein. Dann holst du deinen Operator raus. Da gehen die doch kaputt. Ja, aber, also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss da immer um der Ecke. Ja, ich bin da immer unten. Das Phantom steht oben. Wenn du das meinst. Und um die Ecke. Genau diese... Ja, ich kann ja mit dem Operator, mit dem Strahl... Kann ich ja nicht... Kann ich ja nicht... Ja, da mach ich mit der Drohne weg, diese einzelne. Ja, fertig. Juhu, geht, Z, geht. Ja, ich kann ja nicht... Da finde ich der Stimmlein. Kommst du bitte mit? Danke. So, Mission erfolgreich. Backbordverschalung. Sehr schön. Lunarische Kofpflanze. 2 Neuroden gekriegt. Bisschen Oxium. Ja. Nicht das gut. Sehr schön, sehr schön. Kommen wir wieder vorwärtschen. Ja, ich will jetzt in the dry dock. In the dry dock. Ah, Operator. Stimmendes Aussehen muss ich auch irgendwann mal ändern. Mission erfolgreich. Backbord. 39.000. 34.000 habe ich schon drin. Boom. 3 von 4. Dann habe ich jetzt physischer Schaden. Ist um 20% gestiegen. Dann muss ich jetzt nochmal... Plüpp. 60.000 brauche ich noch. Dann habe ich den ersten... Den ersten Punkt fertig. Ersten Punkt. Ins Dojo Trocken Dock. Ja. Klar. Dojo. Dojo needed. I need fast travel. Fast. Schnelle Reise. Also, warte mal. Hört war hier. Aufsteigen können wir erst in zwei Stunden. Okay. Das machen wir nachher. Äh, drücken doch. Äh. 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 Weißt du wie selten die Teile sind? Äh. 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 Euphorisch sprichst. Müssen wir bestimmt welche sammeln, wa? Ja. Äh. 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 Also, ich hab hier alles. Äh. 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 Also, mir fehlen 19 Steuermodule. Okay. Ach ne. Nicht abbrechen. Was mach ich denn hier? So. Passe auf Europa, Neptun und im Void. Ja. Dann werden wir Neptun. Wir fahren erst mal Neptun. Mhm. Ich lass das Ding leer. Alles klaro. Deutsche verlassen. Boom. Ähm. Dann machen wir, äh. Überleben. Ja. Würde ich mal. Wenn wir Zeit haben. Klar. Wenn wir Zeit haben. Haben wir. Die nehmen wir uns. Mutator. Didi. Also, da leveln wir wenigstens noch. Können Fokus sammeln. Das ist Action. Und wir müssen nicht jede Kiste aufmachen. Genau. Würde ich mal so sagen. Ähm. Neptun hab ich gesagt, ja. Steuermodule. Wann drei Pläten, die du aufgezählt hast. Okay. Aber ja. Ich hab's doch schon wieder vergessen. Mann, Mann, Mann. Neptun. Wohnressourcen. Ja. Steuermodule. Steuermodule. Neptun. Genau. Und wir haben. Ähm. Was war das? Rote Nachricht im Chat? Rote Nachricht? Image. Der noise in your heat. Ah. Kann das sein, dass jetzt langsam das Update losgeht? Das Deimos? Können sie verjessen? Nein. Heart of Deimos, glaub ich. Nein. Wir haben hier noch so viel, was wir... Wir kommen ja hinterher. Die sollen aufhören. Kein Update. Verschieben um drei Monate. Bitte. Please. Mindestens. Jahre. Jahre. So. Sie haben ja keine Überlebensmission auf Neptun. Weil ich sehe sie gerade nicht. Keine Überlebensmission auf Neptun. Das ist... Ich weiß nicht, was Larissa ist oder... Ach. Ach so. Update. Oh nein. Ey, die verkacken mir schon wieder den Abend hier. Störung. Attentat. Also ich habe nicht alles offen. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Spionage. Auslöschung. Rettung. Äh. Ja, Larissa habe ich auch nicht frei. Mobile Verteidigung. Äh. Djoser habe ich nicht frei. Und oben Proteus und Kellerschienen habe ich nicht frei. Also im Stand, ja. Ähm. Lass uns Sabotage mal flott mal durchrocken. Dann haben wir schon mal Proteus freigeschaltet. Dann gucken wir mal. Weil solange wir drinnen sind, müssen wir nicht neu starten. Ja. Für die Zuschauer ist es ja nicht schlimm, weil wir machen dann hier einfach einen Break. Dann schneide ich das dann halt zusammen und dann ist alles gut. Dann machen wir Update. Das gucken wir uns natürlich nicht an. Wir haben ja andere Sachen zu tun. Wir müssen den Reaktor destruieren. Jawohl. Wir müssen ziemlich schnell sa附 heute fahren. So, kann ich hier mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und finden hier schon ein bisschen was. Aber das ist ganz schlecht, dass du so eine Nachricht kriegst, oder? Ja, das finde ich toll. Aber so in anderen Spielen, da wirst du rausgekickt und dann reage. Was war das denn jetzt? Weißt du? Ja. Ne, da hast du schon recht. Das ist tatsächlich so geil. hast du da jetzt drauf gedrückt ich habe ja der gegner aber mehr gegner bedeutet ja steuermodule in die richtung wo sie gerade kommen fünf stück wie gut was ich habe einen flammenwerfer ich gehe steil ich habe mir eine pistole gebaut und dann thomas ist das geil eine waffe die hier gleich feuchte augen ist natürlich auf level 1 aber naja das kommt ja alles kommt ja alles mit der seite was war das ziel reaktoren vorsten steuermodule gefunden im schrank oder nehmen schrank nicht die lang von den gegnern gedroppt also mehr gegner ja die scannen ist auch immer schwierig sehr schön cool direkt am anfang gleich fünfe dafür kriegen wir jetzt natürlich die beste und ich sage noch die sind so selten haben wir hier ja nicht hallo fahrstuhl der wackelt doch bestimmt wieder rum oder tschüss ne der ist heiler so ein perfekter fahrstuhl wäre jetzt nicht so schön oh weg erde nein ich wollte den hacken ich hack mal genau hack immer ja wir sind wieder oben ich habe mich doch verrückt bist du jetzt da oder ich bin runtergefallen oh das ist schön dann bist du ja schon runtergefallen was ist das ding hekt er ist tot ich dachte du hast ihn hekt ich wollte aber dann soll ich umgefallen und dann bin ich hier draußen gelandet oh aua cool mit rhino kann ich da einfach durchloben gekitzelt skorpione können mich nicht so wirklich wegzerren rhino gefällt mir der ist halt standhaft hier ne fett sack oxyum drohne ach oxyum bleibst du hier was soll man denn eigentlich machen schnitzel schnitzeln so wir müssen ja erstmal ach ja je willst du mir feuerschutz das wird hier ne interessante hack ich komm zu ich glaube ich werde es das erste mal nicht schnitzeln was macht das denn hier los hm wie denn alle her hier muss man lang unten rechts ist die tür ja ich folge dir oh da gibt es hinten ne treppe der türgerät mit treppe reaktor exfos exfos und destroy if it's useful do it endoooo so schiit PERKET DESTROYED PROCEED TO THE EXTRACTION POINT porque ich verarsch jetzt ist er auf dem ast geklettert hat sie im ast festgehalten hat sich hochgezogen erstmal ein bisschen exercise machen hier ein paar klimzüge bitte bleib in deiner mission dann können wir noch ein bisschen gut aufspiel abgeschlossen starte neu um das update zu halten das machen wir gleich die kiste was ist da drin steuermodule oder du bist doch ein held also 260 meter ich bin schon mal am extraktions punkt so na ich dachte wir warten noch und aber das jetzt erledigt hat wollte ich das hier nicht alles gut da komme ich hin das ist ja wichtig da komme ich hin und glaube ich nur drei naja dann aber schon acht die robotik dinger die sind nämlich sehr selten ich glaube ich habe es ja auch nur ins gesehen eine aktualisierte version von warframe ist jetzt verfügbar ich bin gespannt wie groß das update ist we've got signals sing in the same song is our victim careful now man wie ein schwankster kein schwankster there's less than nothing left of who they once were ach stimmt da war ja auch noch wie ein gerord und da war ja immerhin aufhauen da ist nichts nichts Interessantes Nix. Äh, ich geh fest. Juhu. Nett, nett, nett. Zehn Steuermodule hab ich. Sehr schön. Ich hab neun. Echt? Ich hab übersehen. Irgendjens wahrscheinlich übersehen. Hab ich denn auch nicht mitgekriegt, dass ich ihn gekriegt hab? Ach, nicht so wild. Nö. Ich hatte ja genug gehabt. Aber zehn nur für eine Runde ist gut. Update 29. 20 hast Pläne deployed. Ein aktualisierter BlaBla. Du wirst in 15 Minuten BlaBla. Automatisch ausgelockt. Ja, ja. Ach, jetzt können wir ja auch schon machen. Alles klar, Leute. Dann, äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben das Update gemacht. Und wir sind zehn Steuermodule reicher. Gut, der Martin jetzt nur neun. Wir machen jetzt Proteus. Und da ist ne Verteidigung. Bam. Sehr cool. 27. Okay. Und dann schalten wir nämlich Kellerschienen frei. Mal gucken. Vielleicht gibt's ja Überleben hier auf Neptun. Das wär cool. Das wär cool. Oder auf der Suche dahin haben wir die Steuermodule auch fertig. Also, so oder so kriegen wir die zusammen. Also, wir können ja mal hier überspringen. Jetzt muss man natürlich immer schön Ausschau halten nach diesen Robotik-Dingern. Das wär natürlich echt nice. Hier gibt's auch Schränke in der Mission. Links und rechts sind so Türen. Guck dir mal rein. Ferrit. Genau. Ich halte hier die Stellung so lange. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich was sehe. Deswegen mach ich gerne, ähm, Überleben. Äh, Quatsch. Ähm, Befallene. Weil die nicht schießen. Die schießen von vier Seiten. Das Schild ist nämlich schon weg. Ich komm hoch. Verrückt. Verrückt. Ja, oder mit... Oder man macht's mit Phantomless. Also ist mein Movement immer noch zu langsam. Sehr schön. Ha, 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 ha. Das ist so cool. Das ist so cool. Zack. Du Profi hackt. Äh, so nicht. So nicht, der Herr. So nicht. Ach, es geht wie abwärts. Och, jetzt wollte ich gerade. Das dachte ich, jetzt fällt hier ein Gegner runter. Aber es warst ja nur du. Oh, nein, 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 nein. Au, au, au. Was? Was, au? Bist du stolpert? Die Plattform hat auf meinen Fuß gestellt. Ah, aua. Bist du nur am rumrennen? Waffe. Oh, okay. 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 Also, komm. Ich lasse diesen Fokus jetzt einfach mal da. Da gibt es hier trotzdem Fokuspunkte. Ein paar. Finger weg von der Gerät. Nee, der Flammenwerfer ist da nicht effektiv genug. Noch nicht. Noch nicht, genau. Der ist Level 5. Verpacken die sich wieder da oben? Ah, 250 Meter. Okay, da haben sich wieder ein paar verpackt. Bestimmt irgendwelche Drohnen oder sowas. Wo sind denn die? Hier warst du schon. Verschwunden. Ach, der Kämmerer. Guck mal, das zielt. Guck mal, das zielt. Guck mal, das zielt. Let's go on the offensive. Was ist das? Oh schlitz 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 ich hab noch keine steuermodule ich will nicht jetzt wieder hoch da komme ich jetzt hoch hier gibt es eine treppe rechts ja du brauchst die masse an gegnern das ist bei verteidigung immer noch zu wenig überleben best modus ever was farben betrifft ja egal was jetzt sind ja bisher nur kleine gegner da da schön deine bubble deine bubble super schwabbel guck mal die zettel hier Oh, eine MP! Nischt, David, nischt! Ah, gut, letzte Welle und dann... ...dann nehmen wir hier raus. Schauen wir mal, was wir dann für eine Map freischettet haben. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, bin irgendwie gefahren. Oh, ich seh's, oder? Ehh, hopp. Oh, ich seh's. Oh, das ist so gut. Dankeschön, bitteschön So, wir schauen mal um hier Kreis, alles niedernehmen Da findet man eher viel drin, oben Ach, noch einer Sehr schön Schon erfolgreich Das war nichts Aber 69 Oxium Das ist doch schon mal gut Und wieder ein Relikt So, nein, das wollen wir nicht Dann gucken wir mal Hinein, hinein Oh, überleben 30 bis 40 Das wird ja Das wird ja mega Befallene Sehr, 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 sehr nice Zeit? Ja, bisschen Zeit haben wir noch Oh, im Hive Sehr cool Ähm Ich will, du willst immer luken Oh Oh Framefighter Genau Loki Nein Was denn, nein Du hast, du hast keinen Scanner mehr? Nein Alle Mirios hat alle aufgegessen Ah, wie viel hab ich noch? Oh, ich hab noch voll Ah, da muss man echt Äh, ja Immer dran denken Der nimmt die zu sich wie Wasser Ja Aber ich komm Wir fahren mit zu dir Mh, du bist jetzt nur in der Spur Und viel dran proben Wollen wir hier schon gucken? Kriegen wir es nicht? Wollen wir nicht Und hier rum Wollen wir auch noch nicht? Viel dran proben Alles klar Okay Ein Autohack wäre doch mal nett gewesen So, dann gucken wir mal, wo der erste Punkt ist Oh, das ist mir ein bisschen zu eng hier Was ist das eigentlich? Das ist der Fokus da hinten, oder? Guck mal auf hier Super, da muss ich ein neuer kommen Eier dran stellen, hab ich klinge Ah, okay Zup Komm, massen, massen, massen Ja, stimmt eigentlich Das ist ja nicht so toll Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich hab mir das Ding geholt Aber das ist unpraktisch Also ich würde es nicht empfehlen Verbrauchst zu viel Ich bin ja da Ja, hier auf der Geraden hier Ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, haben wir nur zwei Seiten, wenn ich das richtig sehe Genau Oh, ist doch effektiv Mein kleiner Bunsenbrenner Bei Feuer und Befeinde, nur Fleisch Ja Das sind Ufi gerade sehr wenig Ah, das wird ja noch mehr 56 Meter, den hole ich nicht her Oh, wo sinds er, wo sinds er Komm, keiner Die sind alle bei dir, kann das sein? Ich sauch die an und steck's ins Land Du gefällt mir das So mag das Spaß Die Lebensverhaltung Ich versuche nur 9,5,5 Passt Oh Ein Fleischberg Fleischsalat Ah, das ist doch der beste Modus ever Ähm Fokus Äh, hier Ich sitze hier unten versteckt, oder? Ja, in so einer In so einer Weh, ne? Genau Oh, die ist aber hochgepackt Ist tut mir leid Für die Zuschauer muss das echt draus sein Aber ich liebe es, es tut mir leid Nein, wir können ja was leid tun, was mir Spaß macht Ähm, ist das Ding hier abgeworfen worden und durch den Boden geglitcht gerade? Wenn du das so gesehen hast Ey Zerren die hier an mir rum Ja, ich sehe schon, wo du hinspringst Hammer, 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 hammer Ach, jetzt hat die Bubble Haha Was hast du? Du hattest gerade meine Bubble, glaube ich Also sah so aus Was hast du hier gesprungen? Na, ich bin Irgendwas Rotes hat an mir dran geklebt Ich hoffe, hier gibt's doch Steuermodule Aber auf jeden Fall, leveln war gut Leveln, leveln, leveln Achso, Fokus sollte ich mal holen, ne? Hahaha Hahaha Oh, schön Jetzt mag es so Spaß Mag es so Spaß Das macht mich kein Spaß Wenn ich hier mal so Ah, rumzerren Schnitzel, 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 schnitzel Ich spaziere hier Ich spaziere hier Und dann wieder Durch die Klammer sind Schön Oh, Fokus Da oben Oh, oben, 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 oben Oh, sie werden gleich wieder an mir rumzerren Der uralten Der Filio scannt und scannt und scannt Cool Wo bist du? Ich bin hier in der Mitte Wo bist du? Ich bin hier in der Mitte Oder sonst auch mal Oh, mal wieder tausend Fokus Oho, oh, 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 oh Ein Geschnetzel ist das hier. Ich meinte die einfach mal alle in die Luft. Ach, ich verjess immer den Fokus, weil ich so im Rausch bin. Du bist auch fokussiert auf den Fokus. Ja, aber ich werd mal kurz Lebenserhaltung aktivieren. Aber wir haben nur noch 15. Nein! Weiß mir niemand. Oh, der Nächste. Ich hab's nicht registriert, Ben. Wir haben Endo bekommen, 205 oder haben wir so gesammelt? Hm. Hm. Kannst ja nicht. Ah ja. Ja, wahrscheinlich gibt's die nur, wenn du gegen den Koppel schwitzt. Hm. War das... Ja, okay. Könnte das erklären. Ja. Aber das wird uns zwar langweilig. Aber wir können ja bei 15 Minuten rausgehen und dann können wir mal gucken, weil in der der Liste, ich seh ja nicht alles. Ich glaub, viele Rumproben seh ich ja auch nicht. Und die sammeln wir die ganze Zeit hier schon. Was ja auch wichtig ist. Achso. Uh. Oh, das ist keine Explosion. Ich glaub, wir finden die auch raus. Oh, 45 Prozent. Ich werd mal... Und... Life Support activated. Additional life support has arrived. 1200. Ah, schön. 10 Shade Entzündung. 10 Shade Entzündung. Oh, 50 Endo wieder. Ah, schön. Es ist HAGG殺 hier. Ah, schön. Junged bin. Ah, schön. Ah, cool- Yes. Oh- Isha. Yeah, cool. Oh- Aha Aha In den Hier soll ich drin Oh Ich bin da wieder raus Uhuhuhuhuhu Uhuhuhu Uhuhuhuhuhu Ich habe eine kleine Schleuch-Support. Also habe ich einen kleinen Schleuch-Support. Oh, da ist wieder ein seltener Gas, wenn man nicht fertig gescannt ist. Da sind wir ja kein Ende. Das macht so Laune. Wollen wir mal den Aushebel suchen? Oh, stimmt, ja. Müssen wir oben lang oder unten? Oben lang, Richtung Eier-Tanzstern. Oh. Was? 123 Erfahrungen. Was? Wut, 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 wut. Du hast genau das gemacht, was ich genau in dem Moment gedacht habe. Ja. So, oh, was ist das für ein Raum? Da gehen wir mal zurück. Oh, Fluss. Fluss. Bei Korpus, bei Korpus-Missionen hier. Also müsste man Korpus-Überleben machen, vielleicht. Genau. Mal gucken, wo wir das finden. Wahrscheinlich dann, ähm, Europa war ja noch. Na, wir gucken, wir gucken mal durch, Leute. Ähm, und wir, ja, und morgen bauen wir dann das nächste Teil. Ja. Genau. Ich glaube, sechste sind es ja insgesamt. Drei haben wir dann. Wir machen jetzt die Steuermodule fertig. Beginnen mit dem Bau, äh, mit der Reparatur. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.